Die Real-Business-Cycle-Theorie ist eine Denkschule der neuen klassischen Makroökonomik. Sie argumentiert, dass Konjunkturzyklen durch technologische Schocks verursacht werden. Andere Theorien sehen die Ursache von Konjunkturschwankungen dagegen in Nachfrageschwankungen. Der Verfehlung der optimalen Geldmenge als Folge verfehlter Geldpolitik oder als Angebots- oder Nachfrageüberhang in Folge von Preis- und Lohnrigiditäten. Vertreter Die wichtigsten Vertreter der Real-Business-Cycle-Theorie sind Edward C. Prescott und Finn E. Kütland, die 2004 gemeinsam den Preis für Wirtschaftswissenschaften der Schwedischen Reichsbank in Gedenken an Alfred Nobel erhielten. Weitere zentrale Figuren sind Robert J. Barrow, Robert G. King, Charles Plosser und Sergio Revelo. Methodik Methodisch orientiert sich die Schule der Real-Business-Cycle-Theorie eng am von Robert T. Lukas in den 1970er Jahren entwickelten dynamischen allgemeinen Gleichgewichtsmodell. Dabei gehen die Modelle im Sinne einer Mikrofundierung von repräsentativen Wirtschaftssubjekten aus. Aus den Nutzenfunktionen der privaten Haushalte und den Gewinnfunktionen der Unternehmen sowie deren Nebenbedingungen werden allgemeine Gleichgewichtsbedingungen abgeleitet, die die wirtschaftliche Dynamik charakterisieren. Dies steht im Gegensatz zu älteren makroökonomischen Schulen wie der keynesianischen oder monetaristischen. Zentrale Konzepte Zu den zentralen Konzepten der Real-Business-Cycle-Theorie gehört das Postulat von rationalen Erwartungen. Markträumung im Rahmen eines walrasianischen Gleichgewichtsmodells und eben repräsentative Wirtschaftssubjekte. Schocks auf die verfügbare Technologie sorgen für Fluktuationen im BIP, was als Konjunkturzyklus bezeichnet wird. Empirisch untermauern die Vertreter dies mit der Erkenntnis, dass das BIP einem Random-Work folgt. Dieses Ergebnis wurde 1982 von Charles Nelson und Charles Plosser erstmals im Journal of Monetary Economics veröffentlicht und erregte großes Aufsehen. Damit ist die Schule der Theorie realer Konjunkturzyklen eng mit der modernen Zeitreihenanalyse verbunden, die seit den 1970er Jahren unter anderem von Christopher Sims mitentwickelt wurde. Eine weitere zentrale Annahme betrifft die intertemporale Substitution von Arbeit. Es wird angenommen, dass Haushalte bei niedrigem Lohn weniger arbeiten, um bei hohem Lohn viel zu arbeiten. Kritik Die Real-Business-Cycle-Theorie beruht auf drei Annahmen, die nach Ansicht von Ökonomen wie Greg Menke und Larry Summers unrealistisch sind. 1. Im Zentrum dieser Konjunkturtheorie stehen Technologieschocks. Abgesehen von dem Ölpreisschock in den 1970er Jahren ist der Erfinder der Theorie Edward Prescott nicht in der Lage, spezifische Technologieschocks zu nennen, die bei historischen Konjunkturschwankungen eine Rolle gespielt haben sollen. Zudem gibt es auch keine mikroökonomische Fundierung für die großen Technologieschocks, die diese Theorie voraussetzt. Weiterhin werden die Real-Business-Cycle-Modelle regelmäßig nicht gegenüber alternativen Erklärungen getestet. In den meisten Fällen gibt es aber sehr plausible Alternativerklärungen. 2. Arbeitslosigkeit entsteht dadurch, dass sich die Menschen dafür entscheiden, weniger zu arbeiten. Paul Krugmann merkt hierzu kritisch an, dass nach dieser Annahme der drastische Anstieg der US-Arbeitslosigkeit in der Weltwirtschaftskrise nach dieser Ansicht auf einer massenhaften Entscheidung für einen langen Urlaub beruhte. 3. Geldpolitik kann den Konjunkturverlauf nicht beeinflussen. Heutzutage besteht weitestgehend ein Konsens auch unter Ökonomen der neuen klassischen Makroökonomie, dass sich Löhne und Preise nicht so schnell anpassen, wie zur Wiederherstellung des Äquilibriums zwischen Angebot und Nachfrage notwendig. Die Hypothese der Ineffektivität von Geldpolitik wird deshalb heutzutage kaum noch vertreten. Ein weiterer großer Kritikpunkt besteht darin, dass die Real-Business-Cycle-Theorie nicht in der Lage ist, die Konjunktureentwicklung in den Vereinigten Staaten abzubilden. Larry Samas schrieb deshalb Einzelnachweis Alvaro Senchini Macro-Economic Foundations of Macro-Economics Rautlitsch 2012 ISBN 978-1-134-3822-3-1-P Lorenz H. Summers Some Skeptical Observations on Real-Business-Cycle-Theorie In Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 10 Nummer 4 Herbst 1986 23 bis 27 George W. Stadler Real-Business-Cycles Journal of Economics Literature Woll 32 December 1994 pp 1750 bis 1783 CP 1772 Lorenz H. Summers Some Skeptical Observations on Real-Business-Cycle-Theorie In Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 10 Nummer 4 Herbst 1986 23 bis 27 Kevin Hoover New Classical Macro-Economics-Ecole.org Kevin Hoover New Classical Macro-Economics-Ecole.org George W. Stadler Real-Business-Cycles Journal of Economics Literature Woll 32 December 1994 pp 1750 bis 1783 CP 1769 10may merci Severbing 1671 60 49 60 50